Yo Leute und herzlich willkommen zum Silvesterkanal. Erstmal wünsche ich euch natürlich allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe ihr hattet ein cooles Silvester genauso wie ich. Heute stelle ich euch die Teufelsfontäne von Funke vor. Das ist eine Silbercrackerfontäne mit roten Sternen. Die NM beträgt 100 Gramm und die Teufelsfontäne ist zum letzten Silvester, also 2018, 2019, vor wenigen Wochen als Neuheit vorgestellt worden. Und dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß bei der Zündung. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.